So, das nächste Video, was wir uns angucken, ist von Unholy, die Bösen, Minus-Blog. Gut, dass er das nochmal dahinter schreibt, dann haben die Leute direkt Bock drauf. Auch erstmal hier die Text. Skyguide, Zerstörung, KuchenTV, Beerdigung, Unholy, Artikel 5, Scam, Betrug, Ancolium, er hat einfach alle irgendwie da rein. Client, Hex-Client, da bin ich ja mal gespannt, um was es hier geht, ey. Vergleichen wir mal zwei YouTuber. Sagen wir hier Bibi und Gronkh. Welcher von beiden ist euch sympathischer? Wen würdet ihr als guten und schlechten oder sogar bösen YouTuber einordnen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass 99... Oh, wer ist besser? Ja, natürlich sagen die meisten. Ja gut, die meisten sagen jetzt Unholy, aber kommt mir keiner ab. Leu, ich bin der Erste, der für Bibi abgestimmt hat, Bruder, dann mache ich das so. Ja, muss auch mal... Keine Ahnung, es... Was soll ich sagen? Aber warum? Wann kommt das Video von heute online? Genau, für die KuchenTV-Oncard-Zuschauer. Ich habe ein Video mit Lotto King Achim gedreht. Und ich muss mal gucken, wahrscheinlich so in eineinhalb, zwei Wochen oder so. Also ich muss zwar nicht schneiden oder so, aber ich möchte jetzt auch nicht, dass jetzt jede Woche irgendwie so ein Interview kommt, sondern dass ich mir das auch schon so ein bisschen aufspare immer, ne, je nachdem. Genau. Im heutigen Video mal gemeinsam mit euch das Konstruktion gut und böse auf unserer Plattform analysieren und verstehen und vielleicht sogar etwas daran ändern können. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Gut, das Beispiel vom Anfang war sehr offensichtlich dramaturgischer Natur. Niemand würde Gronkh als schlechten YouTuber bezeichnen. Im Moment ist es doch Papa Gregor. Und Bibi, die zieht doch Kinder mit Duschschaum ab und behandelt jeden wie ihre beste Freundin, um mehr Profit zu machen. Doch Moment mal, wieso müssen beide überhaupt auf einer Seite stehen? Und warum gibt es auf YouTube überhaupt diese zwei Lager gut und böse? Also ich muss nur sagen, also ich habe ja auch früher, ja, gut und böse ist erstmal natürlich subjektiv, aber man muss natürlich halt sagen, dass, ja, hat natürlich recht, ne, also die meisten, also keiner oder kaum einer würde Gronkh halt als schlechten YouTuber bezeichnen. Das Ding ist, ich finde aber auch schlecht und gut ist immer, also sind schon zwei sehr harte Schlagwörter irgendwie, ne, weil man kann ja auch was in der Mitte sein. Ich finde zum Beispiel weder, dass Gronkh ein guter noch ein schlechter YouTuber ist, um ehrlich zu sein. Ich meine, wie er schon sagt, klar, so Papa Gronkh und so, bla bla bla, ne. Aber ich meine, der macht halt, also zumindest für mich persönlich, macht der ultra langweilige, äh, ultra langweilige Videos, so. Also der, der drückt halt auf Start, labert ein bisschen, macht dann halt, äh, wieder Ende, so. Und da denke ich mir selber so, ja, klasse Content, so, Props an dich, ne, das kann ich mir persönlich zum Beispiel gar nicht mehr geben, so. Da gucke ich mir dann lieber KuchenTV Uncut an. Und, äh, bei Bibi muss ich halt sagen, also Bibi habe ich ja früher auch mega kritisiert, da muss ich aber auch sagen, dass ich das heute auch zum Beispiel, ähm, ja, dass ich da auch halt vieles gar nicht mehr so negativ sehe, wie, wie halt noch vor ein paar Jahren oder so. Das, was ich bei Bibi zum Beispiel auch immer noch kacke finde, ist zum Beispiel dieses Handy, was sie damals rausgebracht hat. Die hat damals mit der Telekom zusammen so das Bibi-Phone rausgebracht. Das war, glaube ich, so Nexus irgendwas, ähm, was halt sowieso kein so krasses Handy war. Und das Einzige, was daran halt krass war, es gab, glaube ich, irgendwie drei Klingeltöne, zwei Sprachnachrichten und ein paar Bilder oder sowas von ihr. Und da haben Kinder dann irgendwie 300 Euro vorausgegeben. So, da dachte ich mir auch so, ey, also, du hast so geile Möglichkeiten eigentlich, wenn dir halt jemand sagt, ey, wir bringen zusammen Handy raus. Ja, und, äh, ja, genau, Alexi Beksi hat dazu ein richtig geiles Video gemacht. Das könnte man sich auch eigentlich mal angucken, so. Ähm, und das zum Beispiel kritisiere ich halt auch heute noch, ne. Aber ich meine, generell so in ihrem Content oder sowas, finde ich, ist jetzt nicht wirklich was verwerflich. Klar, okay, jetzt auch dieses Placement für, hier, wie heißt denn diese komische Abzocker-App da, Coinmasters zum Beispiel, ne. Da muss man sagen, okay, ist schon sehr, ja, muss auf jeden Fall nicht sein, gerade wenn man eine Bibi ist. Aber ansonsten finde ich die heutzutage eigentlich auch gar nicht mehr schlimm, so, ne. Um diese Fragen zu beantworten, frage ich euch nun, wie ihr zu dem Entschluss gekommen seid, dass beispielsweise die Prank-Bros eher im negativen Licht stehen. Für meinen Teil ist es, weil ich von ihnen weiß, dass sie irgendwelche Kennzeichnete Fake-Pranks erstellt haben, die teilweise selbst für ein Kind so offensichtlich gestellt sind. Und, wie habe ich davon erfahren? Genau, von den guten YouTubern. Ongo zum Beispiel, der hat sogar gezeigt, dass einer von den Bros pädophil ist. Oh, äh, das war nur ein... Aber, keine Ahnung, ob ich jetzt unbedingt ein guter YouTuber bin. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt so kritisiert oder so, aber, äh, ja, das wäre natürlich mies, wenn er das macht, ne, aber... Fake, uff, äh, ja gut, es passt jedem mal, dass er auf falsche Informationen reinfällt, oder? Und schon von diesem halben Newstime gehört, er erzählt ja ständig nur Halbwahrheit und desinformiert seine komplette Community. Na, na, raten, worauf ich hinaus will. Wir Consumer messen oft mit zweierlei Maß. Solange für uns gute YouTuber missbauen, ist alles perfekt. Wir verzeihen ihn, aber wehe, wie ihr diese Katja-Macht von den sexuellen Gelüsten Minderjährige gebrauchtet. Das geht ja mal gar nicht. Gut, man kann ja doch argumentieren, dass es nicht so schlimm ist, wenn ein Kuchen-TV mal die AfD positiv findet, als wenn Katja jeden Tag Softball hochlädt. Aber wie sieht das denn dann für Katjas Fans aus? Auf YouTube gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt... Ja, naja, keine Ahnung. Also, ich meine, das Ding ist ja, bei Katja wird ja vor allem das kritisiert, dass sie sowas macht, obwohl das ja auch gegen die Richtlinien ist, so. Und da kritisiert man ja eigentlich nicht mal nur Katja, sondern halt auch die gesamte Plattform, ne? Und ich meine, jetzt sagt er einfach, ja, Skuchen, die Format, die AfD gut redet, als war immer noch... Weiß ich, das ist halt... Ich feiere das eigentlich fast schon, weil es ist halt... Ich habe das Video ja echt vor fünf oder sechs Jahren gemacht und es wird mir halt immer noch dauernd irgendwie vorgeworfen. Also, als ob man jetzt kein besseres Beispiel irgendwie hätte finden können. Also, das ist halt schon ziemlich lächerlich. An sich hat er natürlich recht. Ich würde sagen, es geht halt vor allem darum, wer halt gut oder schlecht auf dieser Plattform ist. Erstmal natürlich geht es nach Sympathie so. Und ich sage mal, so ein Unge zum Beispiel, ähm, ja, der ist halt... Also, der wirkt sehr sympathisch, der wirkt sehr nah, ne? Der streamt halt die ganze Zeit, der, ähm, gibt auch einiges über sich preis und so weiter. Und zum Beispiel bei den Prankbros ist es ja auch so, mal abgesehen davon, dass die halt... Also, du weißt eigentlich nichts über die, so. Was, was weißt du über die Prankbros großartig, so? Du hast gar keine Ahnung, was die machen, so, ne? Und das ist bei vielen YouTubern, die halt auf der positiven Seite stehen, halt einfach anders. Und dazu kommt natürlich auch noch die ganzen Aktionen. Also, klar, Unge hat da jetzt einmal Scheiße gelabert, so. Und ich habe ihn ja zum Beispiel halt auch dafür, ähm, dafür kritisiert gehabt. Ähm, aber zum Beispiel die Prankbros haben halt nicht nur einmal Scheiße gebaut, sondern halt schon 10- oder 15-mal oder so. Ja, und ich meine, das, ähm, kommt natürlich auch alles zusammen, so, ne? Wenn jetzt mal irgendein YouTuber einen Fehler macht, so, dann normalerweise, äh, wird er halt nicht dafür komplett gelünscht oder so, ne? Aber es ist ja halt so, dass gerade diese YouTuber, die im schlechten Licht stehen, die machen halt nicht ein schlechtes Video, sondern da kommen dann 10 schlechte Punkte zusammen. So, die machen Clickbait, Fake-Pranks, dann haben die wahrscheinlich noch nicht gekennzeichnete Product-Placements, dann liken die, äh, oder betteln die vielleicht noch richtig ekelhaft nach Likes, dann, äh, ja, faken die irgendwie alles, was weiß ich. Also, da gibt's ja, äh, viele Dinge und das kommt halt alles zusammen. Und so ein Unge zum Beispiel, klar, der hat jetzt mal Scheiße gebaut, aber ansonsten, bis auf diesen einen Fehltritt, ist das ja ein YouTuber, den man auf jeden Fall verfolgen kann. So, und, äh, ich mein, natürlich gibt es an sich so kein richtig oder falsch, weil das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Die richtigen sind halt einfach die, die ne, die ne krasse Fanbase haben und die falschen sind halt einfach die ohne Fanbase. Weil sobald's halt Hate gibt oder so, dann, äh, wenn du halt ne richtig geile Community hast, ich stehe halt trotzdem hinter dir so, ne? Ich mein, Unge zum Beispiel wurde dafür, wie gesagt, gar nicht kritisiert, eben weil er diese Community hat, die er einfach gesagt hat, ach, ist egal. Keine Gründen und keine bösen YouTuber. Jeder macht das, wofür er gefeiert wird. Egal, ob ein Leon Machère schlecht produzierte Ohrwürmer oder ein Julian Bam krass editierte Songs ausordnet. Man hat sich seine Fanbase so oder so verdient. Natürlich gibt es Situationen, wo man eine Spalierkarte im Wortgefecht flirten geht, aber das muss man weiter verurteilen. Dafür gibt es ja auch sowas wie uns Meinungsblogger. Aber wenn mir ein Apo Redner-Fart in seinem Nagelneuen A8 anbietet... Was hat Malwanne eigentlich gemacht? Die hat irgendwie ein Video, glaub ich, mit seinem, äh, mit ihrem behinderten Bruder oder sowas gemacht oder irgendwie so, glaub ich, war da, ne? Ja, es ist, ne, ich mein, viel mehr kann man dazu halt nicht sagen. Es kommt halt einfach darauf an, wie sympathisch du halt bist, ne? Und ich mein, so ein, so ein Leon oder so, ich mein, oder auch ein Simon Desue oder auch ein Apo Reddy müssen sich halt meiner Meinung nach auch nicht wundern, wenn die dafür halt so kritisiert werden. Ähm, warte, das Beste war eh, wo dener Unges-Milch-Gift-Video kritisiert hat, weil noch aufrufbar, abrufbar und alle Kritiker eingeladen wurde, außer Firegoden. Wurde ich auch eingeladen? Hä, wie, was, was meinst du überhaupt? Das ist gar kein richtiges Deutsch, ey. Am besten liest du es nochmal und dann postest du es nochmal. Ne, aber da ist es halt, ja, wie sagt auch so, so, äh, ja, es kommt einfach darauf an, wie du halt dastehst. Und wenn du halt die ganze Zeit Scheiße baust und dich unsympathisch in Videos gibst und so, klar, dann wirst du halt schneller für Dinge gehatet, wo andere, wo man bei anderen halt drüber hinweg sieht. So läuft das halt einfach, ne? Das ist, das ist immer so. Wieso sollte ich dann Nein sagen? Für mich ist ein YouTuber, egal wieso ich ihn kritisiere, immer noch ein Mensch. Ich würde mit SkyGuy und Upgrade Reef feiern gehen und mit Katja ein Bordell gründen. Ich finde, man muss diese Personenkreise öffentlich und privat trennen. Mit Garkulim, mit denen ich ja sogar ein Video gemacht habe, bin ich sogar öfters im Kontakt. Wir schreiben recht oft auf Twitter und er hat sogar meine Kooperation mit RapTag retweetet. Danke nochmal dafür, Schnucki. Warum gibt es dann diese Teilung? Für mein Teil denke ich mir, dass hauptsächlich Fandom daran schuld ist. Und das funktioniert leider sogar in beide Richtungen. Ein KuchenTV macht zum Beispiel ein Video, wie blöd doch dieser Feiergoden ist. Daraufhin gehen seine Fans zu Feiergoden und machen ihn nieder, auch wenn die sie ursprünglich mal gefeiert haben. Ein Feiergoden denkt sich natürlich zurecht, was zum Fick bei ihm plötzlich abgeht. Seine Fandom-Fans machen daraufhin das, was für sie logisch ist. Zurück biefen. KuchenTVs Video kann noch so sachlich sein. Es wird immer Leute geben, die nach einem Video ihre Meinung zu einem YouTuber 180 Grad drehen und ihnen ehemaligen Idolen in den Rücken kehren. Aber da ist doch auch gar nichts verkehrt dran. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal das Beispiel, was er gerade gesagt hat. Man muss halt einfach mal sagen, ist meine persönliche Meinung. Das Feiergoden, das KuchenTVs Post Video, was er gemacht hat, ist halt das schlechteste Video, was jemals gegen mich gemacht worden ist. Und ich meine, wir haben uns auch schon das Video von Haptic von 2016 angeguckt. Nur so als Beispiel. Und ja, also da gab es ja wenige Leute, die halt wirklich so schlecht waren, sage ich mal, wie Feiergoden. Es ist halt meine Meinung. Ihr könnt das gerne anders sehen, aber ich finde das schon ziemlich bitter. Und Feiergoden macht halt ein super schlechtes Video. Ich konter das. So, von dem Video kann man halt auch halten, was man möchte. Ich war jetzt wahrscheinlich nicht so mein Lieblingsvideo oder so, aber hat schon ein paar geile Gags drin gehabt, finde ich zumindest. So, und hat auf jeden Fall gut reingehauen. So, und danach war der Beef ja nicht beendet. Dann geht Feiergoden auch in eine Diskussion mit Marvin, wo er auf nichts eingeht, nicht ein einziges Argument hat, aber sich trotzdem als der klügste Mensch der Welt und sowas fühlt. Und so ging das ja noch über etliche Videos und Diskussionen und sowas weiter. So, also ganz ehrlich, selbst hätte ich Feiergoden gefeiert, hätte ich ihn deabonniert. So, nicht, weil ich dann hinter KuchenTV gestanden hätte, sondern einfach, weil mich Feiergoden übelst abgefuckt hätte. So, weil ich mir selber so dachte, Digga, das ist nicht der Typ, den ich irgendwie abonniert habe. So, und es ist doch auch gar nicht schlimm, wenn zwei YouTuber Beef haben. Und du siehst so, Digga, der eine labert ja so einen Scheiß. So, dann geht natürlich die Sympathie runter und dann kannst du den doch deabonnieren. Ich meine, genauso haben mich auch Leute, auch mich haben Leute deabonniert, weil ich Feiergoden kritisiert habe. So, das ist doch dann in Ordnung, das kann auch jeder für sich selbst entscheiden. So, wenn, wenn, wenn eine Person meint, nee, das kann ich mir nicht geben, der labert kompletten Bullshit. So, das ist doch dann in Ordnung. So, da verstehe ich nicht, was, was jetzt sein Punkt ist, um ehrlich zu sein. Haben sich seit Urzeiten von YouTube diese beiden Lager gebildet, für mich eigentlich komplett unverständlich. Und warum ich jetzt so ein Video raushaue? Um ehrlich zu sein, hat mich Mimi inspiriert, aber auch eine kleine Selbstreflexion meinerseits, als ich letztens mal mit Floppy gesprochen habe. Aber ich bin an sich nicht mal für Frieden in der YouTube-Community. Kanäle, wie meine, erleben von Beef und Skandalen. Auch wenn ich theoretisch Videos über andere Themen machen könnte, kommen diese doch am besten an. Und um ehrlich zu sein, ich freue mich immer ins Hemd, wenn zwei sie streiten. Da freut sich ja bekanntlich der Dritte. Ich hoffe trotzdem, wir können etwas an diesem Lagerverhalten erlernen. Für mich ist, wie bereits erwähnt, jeder ein Mensch und gehört auch respektiert. Dies sollte für dich genauso sein. Und hey, wenn wir schon unbedingt jemanden hassen müssen, dann noch wenigstens die CDU. Euer Unholy. Ja, also ich habe das Video jetzt nicht so ganz verstanden, auf jeden Fall. Also, das macht, keine Ahnung, ich verstehe ja, dass er irgendwie nicht will, dass man irgendwie in Lager denkt oder so. Aber, ja, also das ist ja, es ist komplett normal. Ja, irgendwie keinen richtigen Punkt oder sowas jetzt gab, wo man sagen könnte, okay, das muss man halt jetzt ändern. Also ich finde, es ist schon ein Unterschied. Also ein Gronkh hat viel weniger Scheiße gebaut als Zbibi zum Beispiel. So, und da ist natürlich klar, dass halt Gronkh in der positiven Seite steht, wenn er weniger Kacke macht. So sehe ich das auf jeden Fall.